Wir wissen alle, dass man Intensität im Training braucht, um Fortschritt zu machen. Und zwar egal, ob es um ausdauernder werden geht, um Muskeln aufbauen, also hypertrophieren, darum geht es stärker zu werden oder auch um schneller zu werden. Intensität ist ein wichtiger Schlüssel zum Training und zum Erfolg im Training und viele Coaches und so auch ich haben selbst angefangen zu trainieren und einfach viel Intensität an den Tag gelegt und damit Fortschritt gemacht. Und natürlich sagen wir jetzt hinterher, weil wir so viel klüger sind und so viel älter und erfahrener, weil wir es nicht besser wussten, haben wir so trainiert und vielleicht hätte man alles viel besser machen können. Aber ganz ehrlich, es ist eigentlich super, es macht wahnsinnig viel Spaß und es bringt einen voran. Und wenn ich mir jetzt ein Ronnie Coleman Video anschaue oder ein Miles Garrett Video für alle Football Freaks oder ein Lionel Sanders Video, also ein Triathleten, dann möchte ich nach jedem von diesen Videos sofort ins Gym gehen und so hart wie möglich, so lange wie möglich trainieren, weil das einfach Spaß macht und weil es einfach auch gut ist. Und es ist also nicht falsch, wenn wir uns als Coaches, als irgendwie die Leuten zum Erfolg im Training weiterhelfen wollen, wenn wir uns hinstellen und dann sagen, du musst vernünftig trainieren, du musst langfristig denken, mach dich nicht kaputt. Und dann älteren Leuten, also so wie mir, Leuten ab 40, sagen wir dann, hey, du solltest trainieren, um keine Muskeln zu verlieren und gesund zu bleiben, damit du auch im Alter noch fit bist. Und ich halte das für falsch. Ich halte die Message für schlecht. Trainier hart, gib alles, wenn du jung bist und lass dir nicht einreden, dass du nicht noch Fortschritte machen kannst und nicht hart trainieren kannst, wenn du alt bist. Das ist, worum es heute geht und zwar, wie man wirklich Intensität beschreiben sollte, was es bedeutet, hart zu trainieren und was dahinter steckt. Denn der Kern des Problems, diese Aussage, liegt nicht in der Richtigkeit, weil natürlich musst du langfristig denken und darfst nicht kaputt gehen. Der Schlüssel, um wirklich Erfolge im Training zu haben, sage ich die ganze Zeit, sagen alle die ganze Zeit, ist langfristig kontinuierlich trainieren zu können. Punkt. Das ist der Schlüssel. Aber eben auch mit Intensität. Es hilft nichts, einfach nur langfristig kontinuierlich irgendwas zu machen. Das hält einen schon gesund. Wenn du dreimal 30 Minuten die Woche irgendwelche Übungen machst und ein bisschen Fahrrad fährst, natürlich hält dich das gesund. Aber das ist nicht die Art von Gesundheit, die wir uns vorstellen. Nicht die Art von Qualität, die wir uns für uns selbst wünschen. Denn für diese Qualität und dafür auch voranzukommen und Training als zunehmenden Mehrgewinn für das Training zu verstehen, indem man über sich lernt, indem man auch über seine Grenzen hinaus wachsen kann und indem man sich weiterentwickeln kann, dafür braucht man Intensität. Und diese Intensität ist direkt auch an Motivation geknüpft, denn sie liefert schon auch den Drive, ins Training zu gehen. Wir werden noch darauf eingehen, dass es natürlich nicht so straightforward ist, dass man das so sagen kann, je intensiver du trainierst, desto motivierter bist du im Training. So kann man es nicht sagen. Aber natürlich bist du motivierter, wenn du ein bisschen Gas geben kannst im Training, dich ein bisschen herausfordern kannst. Athletiktraining sollte dich gesund halten. Das ist die primäre Aufgabe von Athletiktraining, denn es geht natürlich darum, dass du auf dem Spielfeld bist. Das ist klar. Das werde ich auch nicht müde selbst zu sagen. Aber es ist eine schlechte Motivation und das sollte man auch immer als Coach vor Augen halten. Denn ein Boxjump-PR für einen Footballer oder ein neuer Bench-PR auch für einen Footballer, das ist wahre Motivation. Da hat man einfach danach ein gutes Gefühl, das hypt einen, man denkt sich, da geht was voran und man ist motiviert, weiter ins Training zu gehen. Man merkt ja nicht, dass man sich weniger verletzt. Das ist etwas, was man quasi, das ist das Präventionsparadoxon. Man merkt nicht, dass es wirkt, weil die Wirkung ist, dass es etwas verhindert, was dann nicht eintritt. Das ist so das Problem dahinter. Und wenn du dann verletzt bist, dann denkst du dir, ha, jetzt muss ich mehr dafür tun, dass ich wieder gesund bin. Kennt jeder Powerlifter. Und dann ist man wieder gesund. Und dann hat man es eigentlich schon wieder vergessen, dass man ja eigentlich die ganzen Dinge weitermachen wollte, die einen gesund halten. Und dann macht man sie wieder nicht und dann tut man sich wieder weh und denkt sich, hätte ich halt doch wieder vernünftiger trainiert. Man sieht also, dass diese Motivation und Intensität irgendwie auch verknüpft sind und dass das ganz wichtig ist. Und Krafttraining und Ausdauertraining sollten ja immer auch deine Gesundheit fördern und deine Lebensqualität steigern. Und das bedeutet auch, dass du dann alles machen kannst im Alltag, ohne dass du halt irgendwie dir denkst, ich kann die Treppen nicht steigen, weil ich zu unfit bin. Oder ich kann mein Kind nicht hochheben, weil ich zu schwach dafür bin. Aber wie lange motiviert einen das? Weil auch das wird ja dann zum Normalzustand. Und das ist so ein bisschen das Problem bei uns Menschen. Wir merken Veränderungen, wir merken Zustände nicht. Wir merken nicht, wenn es uns gut geht. Wir merken, dass es uns besser oder schlechter geht als vorher. Wir merken, dass es uns vielleicht schlechter geht, als wir uns wünschen, dass es uns gehen würde. Also wir sehen immer einen Vergleich und wir wollen in diesem Vergleich ja ein bisschen besser werden. Und die Frage ist ja immer, was treibt dich dann ins Gym und was treibt dich auf die Straße zum Laufen? Und es ist nicht einfach, ein Training mit Motivation durchzuziehen, wenn man merkt, dass man, oder anders formuliert, es ist nicht einfach eine Motivation im Training zu finden, wenn man merkt, dass es etwas aufrecht erhält, und dass etwas einfach nicht schlechter wird. Es ist ein schöneres Gefühl, wenn man merkt, dass man zum Beispiel mehr Freiheiten gewinnt. Wenn man, äh, am Montag habe ich meine Lowerbody-Einheit durchgezogen und dann kam der Philipp und hat gemeint, hey, lass uns heute, also der war noch einen Tag da, dann ging es in Urlaub, lass uns heute ein Game Day machen. Hast du Bock? Da habe ich gesagt, na klar. Und dann haben wir die anderen auch noch überredet, die hatten auch gerade ihre Unterkörpereinheit, dann haben wir ein Game Day durchgehauen. Und das ist eine Freiheit, die ich genieße, einen harten Unterkörpertrainingstag zu absolvieren und dann anschließend noch fit genug zu sein, um zu sagen, okay, ich gebe jetzt nochmal eine Stunde Gas und, äh, mach ein bisschen, äh, anstrengendes Kardiotraining, wenn man so will. War natürlich nicht nur Kardio, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich habe Bock gehabt und es hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Und genau das gleiche Gefühl ist es auch, wenn ich sage, okay, ich habe heute Bock, 15 Kilometer zu laufen und ich gehe raus und laufe 15 Kilometer und, äh, es geht nicht darum, ob ich dann irgendwie was für eine krasse Leistung ich abrufe oder, äh, ob, äh, wenn ich sage, ich will 150 Kilometer Fahrrad fahren, dass ich 150 Kilometer Fahrrad fahren kann. Ich sage ja nicht, wie viel Watt ich trete oder sowas. Also es geht gar nicht um die Leistung, sondern es geht um die Freiheit, das zu tun zu können. Das ist erstmal etwas, was dann wieder eine Motivation ist. Und wie schafft man es also, all das zu vereinen? Wie schafft man es, das Feuer dafür Gas zu geben, zu behalten, hart zu trainieren, die eigenen Grenzen auch immer wieder auszuloten, denn das ist ja auch irgendwie wichtig, sich zu pushen und das auszuloten und gleichzeitig eben die Kontinuität zu erreichen, von der wir wissen, dass sie notwendig ist, damit wir Fortschritt machen und damit wir auch gesund bleiben. Oder wie schaffen wir es auch, Verletzungen zu vermeiden, damit wir kontinuierlich trainieren können. Und ich habe mir dazu ein bisschen Gedanken gemacht, schon seit längerer Zeit, weil ich das so einen wichtigen Punkt finde und möchte heute mit euch so ein bisschen auch die Erfahrung teilen, die ich natürlich habe aus dem jahrelangen Training von Athleten und Everyday Athletes und Powerliftern und wo ich die Gemeinsamkeiten sehe. Und wir werden heute uns an vier Punkten entlanghangeln. Und der erste Punkt ist, wir werden über Intensität reden, denn es geht erstmal darum zu wissen, was Intensität ist. Und bevor jetzt alle denken, jetzt fängt der Keindl wieder an, irgendwie Metriken zu wälzen, darum geht es heute nicht, aber es geht um einen Punkt, wenn ihr den versteht, dann ist schon mal die halbe Miete gewonnen, wie man erfolgreich trainieren kann. Dann kommt die 20%-Regel, von der ich gleich mal sage, dass die 20% so ein Roundabout sind. Dann reden wir über Blast & Cruise, etwas, was Dave Tate mal in einem Artikel erwähnt hat und was ein Konzept ist, was heute ganz gut passt. Und der abschließende Punkt ist Periodisierung, Programming und Audit. Und deine Aufgabe wäre jetzt natürlich schon mal den Like-Button zu smashen, zu abonnieren und keine Folge mehr zu verpassen. Aber wir gehen jetzt rein und zwar möchte ich, dass du dir jetzt mal vorstellst, einen Kraftraum. Nehmen wir einen College-Kraftraum, College-Football-Kraftraum. Lauter aufgedrehte Athleten, Superathleten stehen da, motivieren sich gegenseitig, feuern sich an beim Liften. Es gibt ein paar Schläge auf den Rücken, bevor man die schweren Squats macht. Nachdem man den PR gesmashed hat, schreit man die ganze Motivation raus. Gleichzeitig stellen wir uns auch vor, ich habe Lionel Sanders, den Triathleten, vor mir, weil der dafür einfach bekannt ist. Wir stellen uns vor, jemand sitzt auf seinem Indoor-Fahrrad-Trainer und kurbelt sich die Seele aus dem Leib. Und man sieht, okay, der haut sich da wirklich Stunden um Stunden um die Ohren in seinem Keller in voller Mönchs-Manier quasi, arbeitet er vor sich hin und tritt so drei Stunden einfach an der Grenze von dem, was er leisten kann. Oder wir können uns natürlich auch zum Beispiel Lucy Charles Barkley, eine Triathletin vorstellen oder Anne Haug, wie sie das macht. Und dann können wir an das Werner-Gunthor-Video denken. Und wir sehen jemanden vor uns, der einerseits seine superschweren Backsquats raushaut oder seine hardcore isometrischen Kniebeugen raushaut, um dann seelenruhig wie so ein Bär zu seinen Hürdensprüngen überzugehen und die explosiv einen nach dem anderen rauszuhauen. Und wenn wir all diese drei Bilder vor uns in den Augen haben, dann werden wir bei allen verstehen, dass sie Intensität birgen. Dass diese Leute, die wir da sehen, irgendwas machen, was wir beschreiben würden als intensives Training. Aber sie machen alle nicht das Gleiche. Und es ist auch alles, es schreien nicht alle rum. Lena Sanders sagt vielleicht gar kein Wort oder Anne Haug sagt gar kein Wort. Aber wir wissen, okay, das ist ein hartes Training. Aber es ist keine Bestleistung. Werner-Gunthor macht explosive Sprünge. Wir würden natürlich sagen, okay, das ist vielleicht nicht das Intensivste. Oder es ist doch superintensiv. Schaut schon anstrengend aus. Schaut auch irgendwie beeindruckend aus, wie so ein schwerer Typ so athletisch über Hürden bouncet. Es geht also darum, erstmal zu verstehen, was ist es, was wir meinen als intensiv trainieren. Und dazu kann man natürlich wieder übergehen, sich zu überlegen, es gibt subjektive Intensität und objektive Intensität. Und ich möchte heute einen genaueren Blick darauf werfen, weil normalerweise sage ich dann immer nur sowas wie, okay, subjektive Intensität ist das, was du einschätzt, ist deine Empfindung der Belastung. Und die messen wir in RPE von 5 bis 10 oder in der Borg-Skala von 6 bis 20. Und dann kann man noch eine Korrelation ziehen zu RIR, Wraps in Reserve beim Krafttraining. Das bedeutet, ein RPE 9, also Rate of Perceived Exertion, ist RPE. Ein RPE 9 wäre gleichzusetzen mit einem RIR 1. Also du hast noch eine Wiederholung im Tank, hörst aber den Satz auf, das wäre RIR 1. Und dann klingt das Ganze schon wieder einfach relativ metrisch und objektivierbar. Wenn wir uns aber folgendes Szenario im Krafttraining vor Augen führen, eine 200-Kilo-Kniebeuge für drei Wiederholungen bei RPE 9, sprich RIR 1. Sprich, du machst drei Wiederholungen mit 200 Kilo in der Kniebeuge und denkst dir dann, eine Wiederholung wäre noch gegangen. Verglichen mit acht Sätzen, zwei Wiederholungen mit 100 Kilo, auch Squats, 100 Kilo, aber mit einem Band dran geklatscht, damit wir das Ganze schön explosiv rausballern können und mit maximaler Beschleunigung. Was von beiden ist jetzt intensiver? Was ist, denn die Beschleunigung ist ja maximal. Also wir versuchen hier jeden Satz maximal zu beschleunigen. Und vielleicht legen wir noch einen Maßstab fest, dass wir sagen, okay, wir nehmen ein Gewicht, dass wir, weil wir die Handelgeschwindigkeit messen, weil wir sind ja smart, dass wir mindestens mit dieser Geschwindigkeit bewegen können. Das bedeutet, wir können nicht jeden Satz ganz maximal machen. Wir machen jeden Satz vielleicht RPE 9, was Geschwindigkeit betrifft, und ballern den eben durch. Was von beiden, also wie definieren wir dann Intensität in diesem Fall, subjektive Intensität, wenn beides ja schon wieder unterschiedlich ist? Das eine ist einfach nahezu am Anschlag. Das andere ist so, dass wir mit dem Gewicht wahrscheinlich einen Satz mit 20 Wiederholungen machen könnten, nur nicht mit der Geschwindigkeit. Und wir können uns das Gleiche dann auch bei Intervallen und einer Ausdauerbelastung zum Beispiel überlegen. Wenn wir ein Intervall machen, und das machen wir nahezu maximal 30 Sekunden all out, ist das dann härter, ist das intensiver als zum Beispiel eine Drei-Stunden-Belastung, die wir mit für diese Dauer von drei Stunden einer intensiven Belastung machen. Was von beiden ist härter? Das eine, weil es länger ist, oder das andere, weil es kurz ist, aber halt die Leistung in dieser kurzen Zeit, also die Watt, die wir pushen, so viel höher ist. Und da wird es dann eben schon relativ schwierig, wenn man ehrlich zu sich ist, genau zu sagen, was ist Intensität. Und dann kann man ja immer wieder rausgehen und sagen, ja okay, das ist, wie sich das anfühlt im Moment. Also wenn sich das im Moment so anfühlt und bei der 30-Sekunden-Belastung super hart anfühlt und bei der Drei-Stunden-Belastung drei Stunden lang durchgehend super hart, dann ist das eine gleiche subjektive Intensität. Und dann können wir uns noch überlegen, wie es bei einem Bodybuilder ist. Weil wenn ein Bodybuilder einen Satz macht und versucht aus diesem Gewicht, aus dieser Bewegung den muskulär maximalen Stimulus rauszuholen, also einfach die Muskelgruppe wirklich maximal zu belasten, dann mag das ja dazu führen, dass die Last gar nicht maximal ist. Dass wenn er nicht mit so einem hohen Fokus oder sie nicht mit so einem hohen Fokus arbeiten würde, vielleicht noch eine Wiederholung mehr gehen würde. Ist das dann gar keine so hohe Intensität? Oder worauf ist hier die Intensität bezogen? Und wir können dann eigentlich so ein bisschen feststellen, dass subjektive Intensität immer in Relation zu etwas steht. Wir müssen also immer sehen, um zu sagen, subjektiv ist das so und so intensiv, müssen wir sehen, in Relation zu was es steht. Und da kommt objektive Intensität ins Spiel, denn objektive Intensität zeigt Intention. Indirekt zeigt subjektive Intensität Intention auch. Objektive Intensität zeigt aber immer genau an, wofür wir das Ganze machen. Weil es sich auf etwas bezieht. Das bedeutet zum Beispiel, die Squats, drei Wiederholungen, waren vielleicht 92,5% des 1er Maximums. Das bedeutet, die Intensität, die wir hier zu Rate ziehen, ist das 1er Maximum. Während die Squats mit der Wandspannung waren vielleicht bei 0,8 Meter pro Sekunde. Das bedeutet, wir haben, also und dann könnten wir das natürlich, ich habe das 0,8 Meter pro Sekunde Beispiel gewählt, weil es so typisch passen würde in das Westside Beispiel. Und ich keinen Fass aufmachen wollte, jetzt über Handelsgeschwindigkeiten zu reden, denn dann wird das Ganze super kompliziert und ausatmend. Aber wir könnten hier sagen, okay, weil 0,8 Meter pro Sekunde ist quasi unser Triggerwert und da wollen wir das maximale Gewicht nutzen, mit dem wir das machen können. Oder eben das RP9-Gewicht, mit dem wir das Ganze durchgehend halten können. Bei den Intervallbelastungen können wir dann sagen, okay, wir haben 30 Sekunden mit 110% unserer 4-Minuten-Leistung oder wir haben drei Stunden mit 80% der Critical Power oder des FTPs, unterschiedlich Werte, aber ähnlich, und können das Ganze quasi in Relation zu einer Intensitätsschwelle setzen. Wir sehen also, es gibt schon auch bei der objektiven Intensität nicht eine Intensität, sondern eine Metrik, die wir wählen, die die Intensität angibt in Intention zu dem, was wir erreichen wollen. Und für alle, die sich jetzt denken, puh, sehr viel Theorie, keine Angst, nach dem ersten Punkt Intensität wird alles viel praktischer, aber dieser Punkt ist absolut entscheidend. Also, wenn es zu kompliziert war, einfach nochmal zurück und nochmal anhören. Wenn es nicht kompliziert war, dann bin ich sehr froh, dass ich es gut erklären konnte. Und an der Stelle möchte ich Olaf Alexander Bu, den norwegischen Triathlontrainer, mal zitieren, weil im Auslauersport heißt es dann oft, es gibt Quality Sessions. Und diese Quality Sessions, Renato Canova redet auch von Quality Sessions, die werden dann immer bezeichnet als spezifische Einheiten, also als Einheiten, die quasi Marathon-Pace sind oder eben im Bereich des Marathon-Paces sind oder sowas. Also, die einfach spezifisch die Leistung voranbringen, die werden oft als Quality Sessions bezeichnet. Und Olaf Alexander Bu hat dann gesagt, there are no Quality Sessions because every session has to be top quality. Und da sieht man den Unterschied der Betrachtungsweise. Das, was er damit meint, ist einfach nur, wenn du eine Easy Session hast, also so eine Zwei-Einheit, eine A-Rupe-extensive Einheit, dann ist die auch qualitativ hochwertig. Weil die Qualität liegt in dem Sinn, in der Intention, in dem, woran wir es messen. Und wer diesen Unterschied begreift, die Intention und die relative Intensität in Relation zur Intention, der weiß, was hart trainieren ist und der weiß, wie man intensiv trainiert, um Fortschritt zu machen. Und das ist wirklich essentiell. Dann können wir nämlich weitergehen und dann können wir uns überlegen, wie wir das Ganze in Connection bringen zu so Balls-to-the-Wall-Einheiten, wie wir sie gerne machen. Oder auch zu, wir schreien uns gegenseitig an und klatschen uns auf dem Rücken, wenn wir ein PR machen wollen in der Beuge. Wer das nicht begreift, der schreit dann rum und begreift immer noch nicht, was hart trainieren ist und wird vielleicht auch einfach nicht stärker, sondern verletzt sich nur. Und damit kommen wir zur 20-Prozent-Regel. Denn die Frage, die sich einem jetzt natürlich aufdrängt, ist, lieber Kindl, alles schön und gut, was du da erzählst, aber wie oft kann man jetzt so trainieren, dass man am Boden liegt und sich denkt, das war alles, was ich heute drin hatte, da ist einfach nichts mehr möglich. Wie oft kann ich ins Gym gehen und bei meinen Squats die Reps einfach ans Maximum schieben bei dem Gewicht, das mir heute erlaubt ist oder meine RPEs in der Deutung so auslegen, dass ich halt doch mehr Gewicht beugen kann. Denn das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Dazu ist grundsätzlich erstmal zu verstehen, je öfter wir das machen, also so hart trainieren, wie wir nur können, desto weniger oder desto seltener können wir trainieren. Und das lässt sich am leichtesten erklären an einem Trainingsspillit. Wenn wir uns so den klassischen Bodypart-Trainingsspillit von Bodybuildern anschauen, also so ein Körperteil an jedem Tag und dann eine Woche später geht es wieder von vorne los, dann bedeutet das natürlich, dass am Montag, da ist natürlich immer Brusttag, das ist eine physiologische Gegebenheit, dass am Montag Brust so zerstört wird, dass nichts mehr übrig ist. Und das hat damit zu tun, dass die Training funktioniert, als du setzt einen Reiz und regenerierst dich von dem Reiz. Und dieser Reiz ist so groß, die Zerstörung, in Anführungsstrichen für alle, die es hören, die Zerstörung ist so groß, dass du einfach einen langen Zeitraum brauchst, um dich zu erholen. Du könntest zwei Tage später nicht qualitativ hochwertig trainieren, weil du noch so Muskelkater hast, deine Brust einfach auch noch alles. Das ist eine Notwendigkeit und dann quasi zieht sich das ein bisschen raus. Das Ähnliche sehen wir auch bei so Dingen wie Protein, Timing oder sowas. Natürlich gibt es immer optimale Frequenzen und sowas, aber grundsätzlich ist das Verhältnis immer gleich. Wenn wir uns dann anschauen, zum Beispiel Push-Pull-Lags, da hast du normalerweise so drei Tage Training, einen Tag Pause, drei Tage Training, und dann entweder wieder einen Tag Pause und dann wieder drei Tage Training oder du lässt halt einmal den Tag Pause aus. Das bedeutet, du hast dann immer zwei Tage bis drei Tage Pause, bis du die gleiche Muskelgruppe quasi wieder trainierst oder das gleiche Muster wieder trainierst. Das bedeutet, du wirst in diesem Split Push-Pull-Lags dich nicht so sehr an die Wand fahren, wie du es im Sieben-Tage-Split machst. Und ich möchte jetzt gar nicht hier die Debatte eröffnen, welcher Split wie gut ist oder ob naturale Athleten wirklich von einem Sieben-Tage-Split profitieren können. Darum geht es hier nicht, sondern nur um das Verhältnis. Wenn du dir dann nämlich anschaust Total Body Training, dann siehst du, du kannst deinen Körper trainieren und dann einen Tag mindestens Pause machen, vielleicht auch zwei Tage, dann wieder den ganzen Körper trainieren, dann wieder zwei Tage, dann wieder den ganzen Körper trainieren. Dann siehst du schon, du kannst nicht am Montag deinen ganzen Körper komplett im Grunde und Boden trainieren, drei Stunden, dass du danach kaum rausgehen kannst, weil deine Beine so platt sind und du auch deine Hände nicht mehr benutzen kannst, um dich über den Boden zu ziehen, weil dein Triceps und deine Brust im Eimer sind, um dann am Mittwoch wieder im Gym zu stehen und das Ganze wiederzumachen. Das geht einfach nicht, weil du nicht erholt sein wirst, weil du deinen ganzen Körper zerlegt hast. Das bedeutet auch, du wirst im Prinzip die gleiche Menge an Stimulus einfach aufteilen wollen auf die einzelnen Trainingseinheiten. Und das zeigt uns eben schon mal, dass wir nicht immer Vollgas geben können, egal wie sehr wir meinen, das zu wollen. Und das ist der Unterschied zwischen der Intention oder nicht der Intention, damit man das nicht verwechselt mit dem, was ich vorher meinte, sondern mit unserer Vorstellung, Vollgas zu geben und alles zu geben, was wir an dem Tag haben und der tatsächlichen Intensität, die wir schaffen können oder der tatsächlichen Belastung, die wir kreieren können. Und wenn ich euch jetzt die 20%-Regel vorstelle, dann möchte ich euch bitten, nicht die 20% genau zu nehmen und jetzt euch hinzusetzen, eine Excel-Tabelle zu bauen, in die ihr dann euch einrechnet, dass es euch immer 20% rausgibt von eurem Training, damit ihr an dem Teil Vollgas an die Wand fahren könnt. So ist es nicht gemeint. Aber das ist so etwas, was sich so in etwa rauskristallisiert hat und es hat nichts mit 80-20 bei den Ausdauertrainingszonen, Belastungen zu tun oder sowas. Es ist nur einfach ein typischer Bruchteil, ein Fünftel, was sich so herauskristallisiert. Und zwar kannst du eigentlich nur 20% deines Trainings wirklich Vollgas geben, wenn du genug trainierst und genug intensiv trainierst. Und das ist schon das, was wir beim Ausdauertraining sehen, weil wenn du so viel trainierst wie Top-Ausdauertsportler vom Umfang, vom zeitlichen Umfang und vom Umfang generell, dann ist es einfach schwierig, überhaupt zu regenerieren von allem und dann kannst du nicht auch noch alles super hart machen. Was nicht bedeutet, dass nicht alles super intensiv ist, bezogen eben auf die Qualität und damit auf die Intention. Um das Ganze beispielhaft zu erklären, ein Beispiel aus dem Everyday-Athlet-Athlet-Programm. Hier haben wir eine Unterteilung, wie es bei mir üblich ist. Wir haben Warm-Up, wir haben Jumps, wir haben Main-Exercises, wir haben Supplemental-Exercises und wir haben Assistance-Exercises. Main-Exercises nehmen in etwa 20% der Trainingszeit das Krafttrainings ein. Beziehungsweise der Krafttrainings-Einheit. Das bedeutet auch, sie haben einen hohen Fokus darauf, hier eine hohe Intensität an den Tag zu legen. Das sind die schweren Lifts, die wir machen. Das sind aber teilweise auch nicht nur die schweren Lifts, sondern wenn du Deadlifts hast, im Every Two Minutes on a Minute, hatten wir Deadlifts im Supersatz mit Kneeling-Jumps und dann hast du sieben Sätze mit zwei Wiederholungen, nein, sechs Sätze mit zwei Wiederholungen und 82,5% deines Einser-Maximums, danach zwei Kneeling-Jumps und dann hast du eben Pause, bis die zwei Minuten wieder rum sind, dann ist das intensiv da. Bist du bei der Sache, da bist du fokussiert, da versuchst du zu pushen, da kannst du nicht einfach irgendwie deine zwei Wiederholungen machen, deine Jumps machen und rumeiern. Das geht nicht. Das ist quasi etwas, was inhärent schon Intensität benötigt. Gleichzeitig ist es dann so, dass die anderen Übungsanteile nicht mehr in gleichem Maß an Intensität bedürfen, beziehungsweise, wenn wir es eben objektiv betrachten und die Intensität in Relation zur Intention setzen, dann sind sie schon alle natürlich intensiv, denn wenn ich ein Highbox-Step-Up mache, bei dem der Fokus eben darauf liegt, wirklich eine tiefe Range of Motion in meinem Knie zu erreichen und in meiner Hüfte und das sauber auszuführen mit ein paar Vorgaben, wie du dich bewegen solltest, dann ist das natürlich intensiv, auch wenn ich nicht hohe Lasten an den Tag legen kann, weil die Bewegung das einfach nicht hergibt oder weil die Bewegung an der Stelle im Trainingsplan das nicht hergibt. Und dann bedeutet das natürlich, wir haben 20% unseres Trainings hier sehr intensiv in den Mainlifts und die anderen anders intensiv. Wenn wir uns dann anschauen, dass der Game Day einer von quasi fünf Tagen ist, wir haben in der Dreitagesvariante Upper Body, Lower Body, einen Ganzkörpertag, einen Ausdauertag und dann haben wir noch den Game Day dazu, dann sind das fünf Tage. Dann ist das eine Einheit von fünf, die wirklich Balls to the Wall ist, wo wir einfach reingehen und sagen, heute pushe ich mich, heute teste ich meine Grenzen, heute fordere ich mich auch heraus und heute schaue ich mal, aus welchem Holz ich geschnitzt bin und was ich wirklich leisten kann. Und das ist dann auch wichtig, das ist ein gutes Verhältnis, denn man kann sagen, die vier Trainingstage schaffen die Basis dafür, Fortschritt zu machen und der eine Trainingstag schafft die Basis dafür, dass ich nicht lazy werde, dass ich auch lerne, mich zu pushen, dass ich lerne, was wirklich hart ist, dass ich einen Abgleich habe, denn man darf ja nicht vergessen, genauso wie wir bei RPE wissen und bei RER, dass je höher die Erfahrung der Lifter ist, die in den Studien getestet werden, desto besser können sie predikten, wie ihr RER ist, also wie weit sie entfernt sind von dem absoluten Versagen, weil sie halt auch ihre absolute Auslastung besser einschätzen können. Genauso ist da auch, wenn du im Training nie wirklich an die maximale Auslastung gehst, dann weißt du auch nie, wann du deine Comfortzone verlässt. Dann kannst du das einfach natürlich nicht so ganz beurteilen und deshalb ist sowas schon auch immer wieder ganz wichtig. Man darf halt nicht einfach süchtig danach werden und nur das machen, denn dann macht man das nicht, was einen voranbringt und deshalb sollte man das auf 20 Prozent in etwa begrenzen. Und wir sehen im Powerlifting auch was ähnliches, denn eigentlich hat jeder Powerlifter nur einmal oder jede Powerlifterin auch nur eine Einheit in der Woche, die wirklich hart ist. Natürlich kann man jetzt wieder darüber diskutieren, was ist denn wirklich hart und ich meine damit wirklich schwer, also wirklich objektiv intensiv ist. Wenn wir das Ganze dann wieder betrachten auf das Gesamtvolumen, dann wird man sehen, dass diese Einheit quasi gar nicht so viel vom Gesamtvolumen ausmacht für alles, was wir für diese Übung machen. Denn egal, ob wir ein System wählen, das viele Assistenzübungen hat oder ein System wählen, das wenig Assistenzübungen hat, irgendwo werden wir Volumen kreieren müssen und das Volumen kreiert man wieder nicht da, wo die Gewichte hoch sind, weil das nicht so wirklich geht. Das ist das Gleiche wie mit 80-20 beim Laufen. Das ist eine Notwendigkeit des Trainings und das sieht man dann auch im Powerlifting. Und Ausnahmen, die es gibt, sind zum Beispiel Vorbereitungsperioden, in denen wir versuchen, hier wirklich so ein bisschen die Grenzen zu pushen und spezifisch nochmal die Intensität mit einem hohen Volumen anzuschieben, damit wir noch das letzte Fitzelchen vielleicht rauskratzen können oder ähnliche Phasen oder gerade eben fortgeschrittene, bei denen der Fortschritt schwerer zu erreichen ist. Und wir kommen hier aber gleichzeitig auch in so einen Bereich, den man als typisches Crossfit-Problem gerade, also nicht mehr jetzt unbedingt, oder würde ich meinen, sondern gerade in den Anfängen von Crossfit sehen könnte und jetzt auch durchaus als ein typisches High Rocks-Trainings-Problem. Und zwar, man fokussiert so ein bisschen auf das, dass man voll drauf geht in dem Setting, das dem Wettkampf am ähnlichsten ist. Man macht High Rocks-spezifische Sessions oder High Rocks-simulierende Sessions und ballert die volle Kanne und wundert sich dann, dass man irgendwie nicht so krass vorankommt und dass man zu häufig verletzt ist oder dass die Verletzungen auf einmal mehr werden und dass man einfach zu wenig Volumen generiert, um dann noch voranzukommen. Denn ein wichtiger Schlüssel für Erfolg im Training ist natürlich Trainingsvolumen. Und das sieht man ja auch ganz klar, wenn wir uns im High Rocks anschauen, was die Leute laufen an Wochenvolumen, die wirklich top-Spitze sind, dann laufen die schon auch 60 Kilometer aufwärts und teilweise auch weit aufwärts. Mir fällt jetzt nur Nick Bär ein, der jetzt nicht irgendwie der Top-High Rocks-Typ ist, aber der letztens erzählt hat, der läuft jetzt gerade 60 Meilen in der Woche und versucht das gerade wieder ein bisschen hochzuschrauben, weil das war jetzt ein bisschen weniger. Und dann, wenn man sich Hunter McIntyre anschaut, zum Beispiel wie viele Kilometer der auch in der Woche an Volumen schrubbt. Also man sieht schon, Volumen ist eine Notwendigkeit. Das Gleiche sieht man im Krafttraining auch, dass auch hier eine Steigerung des Volumens natürlich essentiell ist für alle Powerlifter, die werden natürlich auch mitbekommen haben, dass die Strength Guys sogar draufsetzen, dass es nur darum geht, das Volumen oder primär darum geht, das Volumen hochzuschrauben in einem bestimmten Intensitätsbereich und dass das die Leistung der Lifter entwickelt. Das ist natürlich auch nicht alleine der Schlüssel. Das hat man in den 80er und 90er Jahren auch schon probiert und ich weiß, wir sind alle jetzt viel smarter als damals und so weiter, aber das ist kein neuer Ansatz. Das birgt andere Probleme. Wir sehen also, wir brauchen Intensität und wir brauchen Volumen. Und diese 20%-Regel ist einfach etwas, was einem so einen Rahmen geben kann, um zu sehen, okay, das sind meine 20% Happiness, die ich mache, um mich zu motivieren, um mich zu pushen, um auch zu sehen, wie es vorangeht. Und die 80% sind das, was mein Motor ist, was mich voranbringt, was mich langfristig gesund hält, was mich langfristig voranbringt. Und diese Mischung führt dazu, dass man einfach auch motivierter ins Training geht. Und bei dieser 20%-Regel ist es natürlich so, das ist etwas, was eine gewisse Rationalität oder einen gewissen Typen an Mensch voraussetzt, weil man einfach natürlich auch damit umgehen muss. Und nicht alle sind dafür gemacht und nicht für alle ist das die richtige Art und Weise. Denn man muss ja auch sehen, dass auch Programming sich ein bisschen, muss ein bisschen passen zu den Leuten, die man trainiert. Und das bedeutet auch, dass man vielleicht als Coach auch einfach sagt, okay, das ist mein Ansatz als Training und dann kommen auch nur bestimmte Leute zu einem, zu denen dieser Ansatz passt. Und dann gibt es eine Idee von Dave Tate aus einem Elite-FTS-Artikel, also Dave Tate, Founder von Elite Fitness Systems in Ohio. Den habe ich auch schon zweimal besucht, weil der ist natürlich gleich bei Westside um die Ecke, hat früher bei Westside ja auch trainiert. Schillernde Powerlifting-Fitnessfigur, könnte man sagen. Und der hat mal einen Artikel geschrieben über Blast & Cruise, hat er es genannt. Und im Prinzip ist die Idee ganz einfach erklärt. Es gibt Phasen, in denen man Vollgas gibt und in denen man einfach reingeht. Und er hat das dann in dem Artikel bezogen auf Training, Arbeit, Diät, auf alles. Und in diesen Phasen ist man quasi vollkommen drinnen, intensiv und trainiert und arbeitet daran, so hart man kann. Und dann gibt es Phasen, in denen cruist man, in denen nimmt man raus und in denen versucht man einfach nur, sich zu erholen und auch so ein bisschen davon irgendwie mental wieder in Gang zu kommen, damit man wieder den Drive hat, wieder so Gas geben zu können. Und in der Sportwissenschaft nennt man sowas dann Stoß-Mikrozyklen. Das sind Mikrozyklen oder es gibt auch Stoß-Mesozyklen, also die nächstgrößere Einheit, meist ein Monat, Mikrozyklus meist eine Woche, muss nicht eine Woche sein. Das ist ein Trainingszyklus, dessen Belastung höher ist als das, was man wegregenerieren kann. Das bedeutet, man kommt aus diesem Trainingszyklus raus, ohne davon regeneriert zu sein und dann folgt auf diesem Trainingszyklus ein weiterer Zyklus mit reduzierter Belastung, der ermöglicht, dass man einen Rebound erreicht, dass man quasi eine erhöhte Regeneration und dadurch eine Adaption an diesen Stoß-Mikrozyklus, an diese hohe Belastung generiert. Ähnlich dem, was man versucht, in einer Wettkampfvorbereitung in den letzten zwei, drei Wochen vor einem Wettkampf zu erreichen, damit man dann in einem D-Load noch mal, also in einem Taper, im D-Load vor dem Wettkampf quasi, noch mal sich regeneriert, also die Belastung runternimmt, aber trotzdem eigentlich stärker wird zum Wettkampf hin, als Powerlifter zum Beispiel. Gleiches Prinzip natürlich in allen anderen Sportlern auch. Und ich würde mal sagen, wenn du das brauchst, dieses Vollgas reingehen, wenn das einfach dein Typ ist, dann, also dafür, dass du motiviert bist, wenn das einfach so dein Ding ist, so zu trainieren, dann ist das ein Konzept, das man umsetzen kann, weil einen das motiviert hält, weil das Spaß macht und dann ist es auch eine gute Lösung. Aber dann ist es natürlich nur eine gute Lösung, wenn man ein paar Dinge berücksichtigt, die notwendig sind, damit man nicht kaputt geht dabei. Denn die Gefahr ist ja einfach, dass man zu spät quasi sieht, okay, ich bin im roten Bereich und jetzt kann ich nicht mehr regenerieren und jetzt kreiere ich gerade ein Problem, eine Verletzung, ein Übertraining, das, von dem ich dann zu lange runtergerissen werde. Und dafür kann man Marker setzen. Und ohne jetzt genau darauf eingehen zu wollen, und ich erkläre nachher auch noch ein bisschen, warum ich auf sowas jetzt heute nicht so genau eingehe, ohne genau darauf eingehen zu wollen, welche Marker für was das Beste sind, kann man einfach sowas nehmen wie, wenn deine Ruheherzfrequenz um 10% nach oben geht. Und wenn deine Herzfrequenzvariabilität signifikant sinkt, also die meisten Tracker geben dir das ja dann an, dass du im roten Bereich bist oder sowas, das ist immer ein bisschen schwierig, weil das hat sehr viel mit der Messung von Herzfrequenzvariabilität zu tun und dann auch damit, wie, welche statistische Auswertung wird, welche statistische Auswertung da zugrunde liegt, die dir angibt, ob es ein Meaningful Change ist oder nicht und wie die Herzfrequenzvariabilität eben gemessen und getrackt wird. Deshalb muss man da einfach mal einen subjektiven Marker in den Raum werfen oder beziehungsweise sich einfach mal hinsetzen und sich das immer notieren und immer anschauen und dann sagen, okay, meine Herzfrequenzvariabilität ist jetzt die letzten drei Tage nach unten gegangen, vielleicht sollte ich jetzt in den Cruise-Modus umsetzen, damit es mich nicht zerlegt. Und das Gleiche kann man sehr gut kombinieren damit, dass man einfach nach dem Training aufschreibt, wie war das Training, tut mir was weh, mache ich Fortschritt in den Übungen und zwar nach jeder Einheit, macht es mir Spaß, bin ich motiviert, dann kann man schon sehen, wenn sich da so ein Trend entwickelt, okay, mir hat was weh getan am Montag, mir hat was weh getan am Mittwoch, mir hat was weh getan am Freitag, vielleicht sollte ich dann nächste Woche mal ein bisschen regenerieren und nicht noch weiter pushen. Wenn man sieht, okay, das letzte Mal, dass ich motiviert war beim Training, war Anfang der Woche und wir haben jetzt Samstag, dann sollte man vielleicht auch lernen, okay, vielleicht muss ich jetzt ein bisschen runternehmen, denn wenn ich nicht motiviert bin, ins Training zu gehen, dann wird das ganz schon schwierig und das ist im Prinzip das, was man mit einem Wellness Questionnaire macht, also mit einem standardisierten Tool, das natürlich auch wissenschaftlich validiert ist, ist ein Fragebogen, kann man überall googeln, was die Fragen sind, so die gängigen, die man wählt, Muskelkater, wo man Muskelkater hat, Stiffness, Saunders, wie man geschlafen hat, wie die Mood ist und so weiter und dann kann man das Ganze tracken und dann kann man auch sehen, okay, jetzt sollte ich vielleicht einen Stopp einlegen, aber man braucht dieses Feedback, wenn man das macht, man kann nicht einfach sagen, okay, ich gebe so lange Gas, wie ich Gas geben kann und dann wird mir mein Körper schon zeigen, wann ich Pause machen muss. Der zeigt dir das schon, aber du siehst es vielleicht nicht und dann machst du zu viel und dann denkst du dir hinterher, okay, eigentlich hätte ich es merken können und das will man vermeiden, denn das verhindert Kontinuität. Gleichzeitig würde ich mir zum Beispiel eine maximale Blocklänge festlegen. Ich würde random nicht jetzt als klare Empfehlung nehmen, aber ich würde vielleicht sagen, okay, das Maximum, was ich am Stück pushe, bevor ich einen Cruise einlege, ist zwei Wochen. Weil wenn ich zwei Wochen Vollgas trainiere, wirklich so, dass ich jeden Tag alles gebe, dann brauche ich danach vielleicht eine Pause oder vielleicht ist das auch ein bisschen kürzer, als es gehen würde, aber dann bin ich auf der sicheren Seite und dann kann ich auch wieder nach zwei Wochen Vollgas, zwei Wochen Cruisen, kann ich wieder zwei Wochen Vollgas geben zum Beispiel. Das wäre noch so eine Sache, die ich auf jeden Fall implementieren würde. Und das ist sicher eine Sache, die impulsive Athleten, also Leute, die einfach emotional an das Thema Training rangehen, die die abholen kann und die die auch motiviert und die denen auch taugt und es wird sich, man muss halt nur eben ein anderes Monitoring verwenden, es wird sich auch zeigen, dass wahrscheinlich die Belastung im Schnitt immer gleich ist, weil wir können nur ein gewisses Maß an Belastung tolerieren, aber es ist halt anders verteilt, aber es ist so verteilt, dass es dich motiviert. Das bedeutet, es gibt Leute, für die ist die 20%-Regel gut, es gibt Leute, für die ist vielleicht sowas ganz gut. Und das bringt uns zu einem Punkt, denn euch ist bestimmt schon aufgefallen, dass das alles verdammt nach Autoregulation, Periodisierung, Deloads klingt und sowas und das ist ja auch klar, denn man muss sich ja auch mal vor Augen führen, Periodisierung ist ja nicht irgendwie in dubiosen Untergrundlaboren in den 70er Jahren entstanden, in denen sich verschwörerische Sportwissenschaftler Konzepte überlegt haben, mit denen sie Training beschreiben, sondern es ist alles eine Notwendigkeit, die sich gezeigt hat und man hat versucht, irgendwie das Ganze in Worte zu fassen, in Konstrukte zu fassen, damit man es besser steuern kann. Es geht also eigentlich nur um Strukturierung und gutes Training ist immer eine erfolgreiche Konstellation von Belastung zu Regeneration, die zu den gewünschten Anpassungen führt. Und das regeln wir im Prinzip mit Programming, Periodisierung und mit Feedback-Zyklen und die sind natürlich bei sowas immer mit einbezogen. Und Autoregulation ist quasi einfach nur sowas wie eine Mikroebene der Makroebene Programming und Periodisierung. Gerade wenn wir eben versuchen, mehreres zu trainieren, Hybrid Athletes, normale Athleten, die Ausdauer trainieren und Kraft trainieren, die Explosivität trainieren und Kraft, dann wird es natürlich schon schwieriger, weil dann sehen wir auf einmal, okay, nehmen wir mal nur Ausdauertraining und Krafttraining. Wenn ich das in eine Woche packen will, wie schaffe ich das denn, dass ich mich immer regeneriere? Weil wenn ich nur meine Beine nehme, ich will am Montag laufen gehen, ja, aber am Mittwoch dann Krafttraining, die sind ja dann noch, sind die Beine noch platt vom Laufen am Montag. Okay, dann mache ich halt Montag Laufen, dann mache ich Dienstag Oberkörper, dann kann ich am Mittwoch wieder laufen. Ja, aber wann mache ich dann Unterkörper? Mache ich am Donnerstag Unterkörper, dann ist das halt nicht so gut, aber Laufen ist mir gerade wichtiger. Dann sind meine Beine aber von zwei Tagen hinterher richtig platt. Dann kann ich frühestens am Samstag wieder laufen. Also man überlegt dann schon in diesen Regenerationszyklen, aber dann wird es halt ein bisschen schwieriger. Vor allem, wenn man bedenkt, dass natürlich nicht alles nur auf muskulärer Ebene ist, sondern ja systemisch. Also wir haben ja Anpassungen, kardiovaskuläre Anpassungen, Herz-Kreislauf-Anpassungen, die natürlich systemisch sind und die auch von allen Belastungen getriggert werden. Also wir haben ja immer eine Herz-Kreislauf-Belastung, wenn wir Sport machen. Und dann natürlich auch hormonelle Anpassungen quasi oder hormonelle Anpassungen ist falsch. Hormonelle Regulationsmechanismen, die wichtig sind für Regeneration und die auch systemisch laufen. Wir haben unser zentrales Nervensystem, das zentral ist, also auch systemisch. Und das bedeutet, die rein muskuläre Betrachtung ist nicht der End-All-Be-All und wird dann eben auch nicht irgendwie dazu führen, dass man gut damit zurechtkommt. Und deshalb wird es eben dann ein bisschen komplizierter, diese Regulation von Belastung und Regeneration so zu konstruieren, dass man auch zu dem Ergebnis kommt, das einem eben die gewünschten Anpassungen liefert. Und das kann dann natürlich demotivierend sein, wenn man einfach nicht mehr weiß, wie man das machen soll und wenn man einfach irgendwie nicht mehr weiß, was man so ganz ändern soll oder sowas. Und hierfür ist grundsätzlich mal so etwas wichtig, was ich mal als Auditing einstufen würde. Also einfach, man macht einen Review-Prozess des Trainings und zwar auf wöchentlicher Ebene oder auf monatlicher Ebene. Also das, was ein Coach vielleicht auch für dich macht. Jetzt muss man nur sehen, wenn du ein Lifter bist, nütz nicht Metriken, die du nicht kennst oder die du nicht wirklich verstehst, sondern die du irgendwo gelesen hast und gelesen hast, oh, das ist krass wichtig, Volume-Load ist wichtig für Hypertrophie. Also muss ich schauen, was mein Volume-Load oder ich zähle jetzt einfach die Sätze pro Muskelgruppe, weil das ist auch wichtig für Hypertrophie. Das ist das Gleiche, wie wenn du ein Ausdauertraining machst und dann einfach irgendwie zählst, wie viele Minuten du in welcher Zone verbracht hast und dann danach irgendwie dein Training beurteilst und am Ende der Woche sagst du, okay, oder am Ende des Monats sagst du, okay, ich habe jetzt pro Woche so und so viele Minuten da verbracht und in Zone 2 und so und so viel in Zone 3 und so und so viel in Zone 4 und 5 und mein V2 Max hat sich nicht entwickelt oder meine Laufleistung auf 10 Kilometern hat sich nicht entwickelt. Vielleicht muss ich meine Belastung prozentual verändern. Das ist immer deshalb relativ schwierig und da komme ich auf das zurück, was ich vorher ansprechen wollte mit dem oder was ich vorher erwähnt habe mit dem, warum ich nicht genau darauf eingehe. Je mehr man Metriken kontrollieren will oder je mehr man diese Details, diese Zusammenhänge verstehen will und deshalb ist mir dann eben sowas wichtig, wie dieses It's all in the grey Video über Blackboxen und Clearboxen zu machen, das einfach nicht so viele Klicks kriegt, wie natürlich etwas, wenn ich sagen würde, keine Ahnung, das ist der Schlüssel für Hypertrophie in 2024 oder keine Ahnung. Aber dieses Video ist eigentlich essentiell, denn es erklärt, was man dann versucht als Trainierender und das ist ein Großteil der Anfragen, die ich bekomme, die Leute, die dann fragen, ist es gut, wenn ich das so und so trainiere? Das kann ich nicht sagen, weil da vieles dahinter steht. Oder sind das die wichtigen Metriken? Muss ich das betrachten? Wenn sich meine V2 Mark so entwickelt, was mache ich dann richtig? Was mache ich falsch? Das Problem ist, um Metriken zu beurteilen, muss man sehen, dass es mehrere davon gibt und dass die alle zusammenhängen, dass man nicht sagen kann, eine ist super wichtig, sondern man muss sehen, wie die in Relation zueinander stehen und wie die sich verändern und wie die sich verändern, in welchem Trainingsblock. Das Ganze wird also beliebig komplex, je mehr man sich damit auseinandersetzt und je tiefer man darin eindringt und je mehr man versucht, genau zu verstehen, was den Trainingsprozess beeinflusst. Wenn wir dann Entscheidungen treffen und das machen wir Coaches auch, aber halt auf einer anderen Ebene, dann müssen wir Blackboxen. Das bedeutet, wir sagen, wir wissen nicht, was genau dazu führt, dass das Training jetzt so läuft oder nicht, sondern wir wissen nur, das war Input und das war Output und damit können wir arbeiten. Und genau das solltest du dann als Trainee auch machen. Schau dir einfach an, was du trainiert hast in dieser Woche oder in dem Monat am besten. Dann schau dir an, ob es so gelaufen ist, wie du es gerne hättest, ob es Probleme gab, ob es gute Entwicklungen gab und dann überleg dir vielleicht eine Sache oder sowas, die du vermutest, dass sie damit zu tun haben könnte, dass das Problem ausgelöst wird. Und dann versuch, diese Sache durchzuziehen und dann zu schauen, ob das das Problem löst. Und ich weiß, das mag super unbefriedigend klingen, weil es so unkonkret klingt, aber das ist die einzige konkrete Wahrheit, die man euch geben kann, das Ganze umzusetzen und damit wirklich glücklich gut zu fahren. Wenn du das genauer willst, dann musst du dich sehr eingehend damit beschäftigen und zwar nicht so ein bisschen, sondern dann schon ein deutliches Maß tiefer gehen und das braucht einfach eine große Zeit. Und wenn man jetzt eine Lösung will, damit man jetzt was im Training implementieren kann, dann muss man das Ganze so angehen und vielleicht trotzdem Zeit investieren, um natürlich dazu zu lernen und mehr zu verstehen. Natürlich lernt man sowas vielleicht mit einem Coach schneller oder besser, aber ich glaube, auch mit einem Coach braucht man eine lange Phase, um Training gut zu verstehen und Zusammenhänge zu verstehen und dann eben vielleicht schneller auf so eine gute Blackboxing-Ebene zu kommen. War fast schon so ein... Ich habe ein ernstes Gespräch mit euch gefühlt, aber ich versuche ja, euch wirklich konkrete Sachen zu geben und euch wirklich konkret weiterzuhelfen mit eurem Training mit kostenlosem Content, ohne euch irgendwie in Coaching drängen zu wollen oder sowas, zumal ich auch momentan gar keine Coaching-Spots frei habe, aber ihr könnt natürlich ins Everyday-Athletes-Programm kommen, was wirklich eine fantastische Lösung ist. Glaubt nicht mir, glaubt den Testimonials auf der Seite. Es ist wirklich mega gut. Da bin ich wirklich stolz drauf. Bin stolz drauf, was für Ergebnisse rauskommen und wie es läuft. Aber auch darum geht es gar nicht. Sondern es geht mir einfach darum, ehrlich zu sein. Und ehrlich ist einfach, dass man als Laie Training nicht so verstehen wird, dass man es genau einschätzen kann oder dass man es genau steuern kann. Und wenn man das realisiert und das akzeptiert, dann hat man die beste Möglichkeit, Training wirklich gut auch als Laie steuern zu können. Das bedeutet, man darf nicht denken, dass man ein Profi ist, sondern man muss wissen, man ist ein Amateur und dann wird man für einen Amateur fantastische Ergebnisse erzielen können. Ich hoffe, das war jetzt total verständlich. Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Damit man also ballern kann und damit man mit Intensität trainieren kann, um auf das Thema zurückzukommen, muss man eben auch diesen einen rationalen Teil mit integrieren, auf den man vielleicht auch gar keinen Bock hat, aber ohne den es eben nicht geht. Und das ist eben, dass man schaut, wie das Training läuft, dass man überprüft, wie das Training läuft, dass man das Training plant, denn wenn man es vorausplant und dann abgleicht mit dem, was man tatsächlich gemacht hat zum Beispiel, dann sieht man schon, wo vielleicht sich Stärken und Schwächen aufzeigen, wo sich auch vielleicht Motivation und mangelnde Motivation aufzeigt. Das erlaubt einem einfach auch einen guten Prozess in Gang zu bekommen. Dies einfach nur, boah, ich gehe jeden Tag rein und gebe alles, wird keinen guten Prozess kreieren und wird auch nicht dazu führen, dass man einfach mehr oder länger alles geben kann als andere. Es führt einfach schneller zu Verletzungen, weil man einfach nicht weiß, wann man nicht mehr alles gibt, sondern einfach nur noch versucht, alles zu geben, obwohl man eigentlich schon total k.o. ist. Und gleichzeitig muss man eben realisieren, es gibt zwei Dinge, ohne die es nicht geht im Training oder mit denen es nicht geht. Man kann einerseits nicht ohne Intensität vorankommen, man braucht Intensität im Training, subjektive und objektive Intensität. Wir brauchen Intention und wir müssen uns natürlich reinhängen und wir brauchen gleichzeitig auch möglichst Verletzungsfreiheit, damit wir auch intensiv trainieren können und das konstant. Und das ist natürlich irgendwie so die goldene Kuh, die wir wollen, aber es zeigt auch so ein bisschen das grundsätzliche Problem in dieser ganzen Diskussion, wenn Leute, Coaches auch, die vielleicht irgendwie zu lange hart trainiert haben und dann irgendwie gelernt haben, dass sie Probleme dadurch bekommen haben, dann irgendwie sagen, ja, ist alles irgendwie schlecht und das kann man nicht so machen und ich möchte mich da gar nicht rausnehmen. Mich hat das mit meiner Hüfte natürlich auch damals erst mal geknickt, aber man kann ja dann auch nicht sagen, okay, das war was irgendwie, das war was Schlechts, aber man muss sich dann auch überlegen, okay, was hätte ich vielleicht anders machen können, damit ich trotzdem so viel Spaß beim Training gehabt hätte und so viel Gas hätte geben können und halt vielleicht die Probleme nicht kreiert habe und man kann ja nicht einfach sagen, irgendwie, okay, alles, was schwer heben ist, ist Ego-Lifting und wenn es dir darum geht, Muskeln aufzubauen, dann hast du ein psychisches Problem. Ich denke, wir sind alle super motiviert, um Gas zu geben im Training und das macht auch Spaß und es bringt auch Erfolge, wenn auch eben nur kurzfristig, aber man verpasst eben manchmal auch, wann man wieder ein bisschen kürzer treten sollte und wann man auch wieder ein bisschen vielleicht weniger intensiv trainieren sollte und das kann zu Verletzungen führen und das kostet einen natürlich die Möglichkeit, intensiv zu trainieren. Und deshalb geht es nicht darum, zu sagen, okay, schwer zu trainieren ist nur was fürs Ego und macht dich kaputt, sondern es geht darum, zu sehen, dass intensives Training einen antreibt und dass es absolut positiv ist, intensiv zu trainieren, denn es zeigt, dass du Spaß hast am Training und es zeigt auch, dass dir Training irgendwas gibt und es bringt Fortschritt und die Aufgabe von uns Coaches ist es, das in ein Format zu bringen, in dem man Gas geben kann und in dem man sich dann zurücknimmt, wenn man sich zurücknehmen muss und einen Trainingsplan, der fordert und hungrig macht zu schreiben und einen auch wieder so ein bisschen hungrig macht, eben dann wieder Gas zu geben. Deshalb bin ich schon ein Freund zum Beispiel von geplanten Deloads und bin auch der Meinung, wenn du keine Deloads brauchst, dann trainierst du, vielleicht nicht wirklich intensiv, sagt jemand, der jahrelang keine Deloads gemacht hat in seiner Powerlifting-Zeit in der letzten Phase, habe ich eigentlich keine wirklichen Deloads gemacht. Ich glaube, ich hätte damals Deloads machen sollen, damit ich wieder hungrig in den neuen Block gegangen wäre. Auch wenn ich damals nicht das Gefühl hatte, nicht intensiv zu trainieren, nicht motiviert zu sein und nicht hungrig auf den nächsten Block zu sein. Aber mit ein bisschen Distanz sieht man das Ganze eben auch wieder ein bisschen anders. Und Trainees sollten schauen, dass sie Training haben, das ihnen zeigt, dass auch ein gutes Gefühl ist, sich bewusst ab und zu abzuschießen und das Training ein Gesamtkonzept ist, das Fortschritt bringt und nicht immer nur dieses, okay, ich bin reingegangen und habe mich abgeschossen und das war jetzt der Schlüssel zum Erfolg. Wenn ihr keinen Coach haben wollt und das ist auch von mir als Coach gar kein Vorwurf, dann ist es wichtig zu erkennen, dass ihr dann euer Training selbst in der Hand habt und dass ihr euer Training dementsprechend auch selbst auswerten sollt. Ihr müsst dann auch der rationale Teil sein. Ihr müsst dann auch sehen, okay, wenn ich mich nie an das halte, was ich in meinem Plan schreibe, vielleicht schreibe ich dann schlechte Pläne für mich oder vielleicht funktioniert das für mich nicht so und ich muss mich einfach ein bisschen mehr zügeln und mir sagen, okay, ich ziehe das durch, was in meinem Plan steht. Aber das erfordert eben eine bestimmte Qualität und der kann man sich nicht entziehen. Und wenn ihr nach einem Trainingsplan trainiert, dann bedeutet das auch, dass ihr die Verantwortung übernehmt zu evaluieren, wie funktioniert dieser Plan für mich, was muss ich vielleicht anpassen, wie funktioniert das, damit ich weiter vorankomme. Das ist wichtig, damit man dann eben auch erkennt, was Probleme kreiert und das Ganze einbremsen kann, damit man möglichst problemfrei weiterkommt. Denn der wahre Erfolg im Training liegt in der langfristigen Konstanz, aber die ist nichts ohne Intensität und ohne kurzfristige Motivation. Und das war das Wort zum Sonntag, denn dieser Podcast kommt am Sonntag natürlich wie immer. Ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen und ich hoffe, ihr wisst jetzt genau, warum das so wichtig ist und warum ich es so schwierig finde, wenn man sagt oder wenn viele Coaches einfach irgendwie im Moment so auf die Schiene kommen, ja, man sollte nicht so hart trainieren und man sollte nicht so schwer trainieren und das ist alles irgendwie nicht gut, denn dann ein paar Monate später sagen sie, ja, man braucht Intensität im Training und viel zu viele trainieren zu schlapp und naja, dann muss man sich genau überlegen, was ist denn eben diese Intensität und wie kann man die nutzen und das wollte ich heute mal mit euch machen, auch damit man versteht, was ich meine, wenn ich immer davon rede, ja, okay, man muss langfristig trainieren und man kann nur so Erfolg haben. Jeder, der hier im Gym trainiert und jeden, den ich trainiere, der wird wahrscheinlich auch merken, dass ich einen relativ hohen Anspruch daran habe, an die Intensität, die man reinsteckt und dass mein Verständnis von Training darauf basiert, dass man motiviert ist und dass man eben Gas geben will und das sind Dinge, die ich natürlich mir immer wieder bewusst machen muss im Podcast und in so etwas auch explizit zu erklären, weil da bekommen es ja die nicht mit, die nicht hier im Gym sind und die nicht mit mir trainieren, dass ich eben schon erwarte, dass man Gas gibt im Training. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine Woche, in der ihr richtig Gas gebt im Training, die Hütte abreißt, aber dabei gesund bleibt, euch nicht verletzt, viel Spaß beim Auswerten des Trainings, ansonsten kommt ins Everyday Athletes Programm, wird genial und es gibt nächstes Jahr eine große Erneuerung für das Everyday Athletes Programm, ich kann es kaum abwarten. In diesem Sinne, ich gehe jetzt nicht trainieren, weil ich bin noch krank, aber ich freue mich schon wieder mega aufs Training. Ich wünsche euch gutes Training, viele PRs, genießt euer Training, denn es ist ein Mehrwert fürs Leben, seid gute Athleten, seid gute Menschen, seid gute Coaches. Ich bin raus. Adios. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hadi. Vielen Dank.